Ja hallo, alles hat seinen Preis. Darüber sollten wir uns einfach im Klaren sein und das liegt mir einfach so sehr am Herzen, weil viele Menschen das leider, leider, leider irgendwo nicht checken, irgendwo nicht raffen, dass alles seinen Preis hat, dass wir immer unseren Preis bezahlen müssen, ob uns das gefällt oder nicht. Machen wir was, bezahlen wir den Preis. Machen wir nichts, bezahlen wir den Preis. Wir haben immer einen Preis zu entrichten und wenn wir uns dessen im Klaren sind, was der Preis ist, den ich zu entrichten habe, für etwas zu tun oder etwas auch zu lassen, dann kann ich wesentlich leichter damit umgehen, dann kann ich mir auch Gedanken machen und dann kann ich mich auch fragen, was muss ich tun, damit das für mich okay ist, damit ich gerne bereit bin, diesen Preis zu bezahlen. Und leider, leider wird dessen ganz, ganz selten darauf geachtet, es wird einfach so in den Tag hineingelebt und so, wenn ich auch nichts mache, denkt man oft, naja, das ist kein Problem, aber es kostet trotzdem meine Lebenszeit. Wenn ich nicht lerne, wenn ich dies und jenes nicht mache, dann verdiene ich zu wenig Geld, ich habe zu wenig Wissen, ich habe zu wenig Können und der Preis, den wir teilweise dafür bezahlen müssen, für die Ignoranz, der ist oft sehr, sehr hoch und das hat mich auch dazu bewogen, dieses Buch hier zu schreiben. Alles hat seinen Preis, welchen Preis bist du bereit zu bezahlen, aufwachen und gestalte endlich dein Leben, das möchte ich dir so sehr ans Herz legen, verschiebe die Dinge nicht auf irgendwann, denn du weißt es ja selber, irgendwann ist das Leben vorbei und das ist einfach schade, das ist traurig, wenn das Leben vorbei ist, ohne dass du dich gelebt hast und die Zeit läuft Tag für Tag, die Zeit läuft immer schneller, schneller, schneller. Ich freue mich auch sehr, dich einzuladen zur Büchertaufe, das ist immer was ganz, ganz Besonderes, so ein ganz besonderer Magic Moment, so eine Büchertaufe. Du bist da mein Gast, ich lade dich auch ein zum Seminar, alles hat seinen Preis, das findet auch am Anschluss daran statt, das ist ein hammer, hammer cooles Event, nutz die Chance, sei dabei, das einzige was von dir zu tragen ist, ist das Hotel, das heißt Übernachtung, Essen, Seminar im Wert von über 1750 Euro, das übernehme ich. Du bist mein Gast und ich freue mich riesig, riesig mit dir gemeinsam, eine Büchertaufe zu feiern, dem Buch, alles, alles Liebe zu wünschen auf dieser Welt, damit es ganz, ganz, ganz viele, viele Menschen erreicht und jetzt liegt es an dir, ich danke dir sehr fürs Teilen dieses Links hier, dass viele, viele Menschen in den Genuss kommen. Alles Liebe, ciao, bye, bye und vielen, vielen Dank.